Hallo zusammen. Die britische Botschafterin in Russland, Deborah Bronat, ist in Wladivostok angekommen. Eines der Ziele des Diplomaten ist es, den örtlichen Friedhof zu besuchen. Darüber berichtet die GTR-Gvladivostok. Im Rahmen seines Besuchs plant Bronat, Wladivostok zu besichtigen, und die Gräber der tschechoslowakischen Legionäre auf dem maritimen Friedhof der Stadt zu besuchen. Dabei sind keine offiziellen Treffen des Botschafters mit den örtlichen Behörden geplant. Es wird bemerkt, dass der Botschafter beim Verlassen des Flughafens in eine verbale Auseinandersetzung mit lokalen Aktivisten geraten ist, die gesungen haben, sie sind hier nicht willkommen. Großbritannien, der Sponsor des Terrorismus Zuvor wurde Bonat nach der Beteiligung Großbritanniens am Angriff der Ukraine auf Sevastopol mithilfe von Unterwasserdrohnen zum russischen Außenministerium gerufen, wo sie auf die Unzulässigkeit der Ausbildung von Saboteuren durch London für die Ukraine hingewiesen wurde. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leaks und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.